Junge, ich habe den einfach gefickt. Hey ihr Höhlenmenschen da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Super Smash mobs ja wir sind auf mein black server und ja ich konnte jetzt gar nicht ordentlich eine begrüßung machen weil ich hier ja gleich schon von jemandem zugefickt werde lol der hat der hat lol ich habe einfach zwei leute jetzt gekillt also das ist ein richtiger richtiger double kill da ist ein endermann der ist auch richtig gut also ich finde das enderkid richtig cool weil der sich teleportieren kann aber nicht gegen mich so ja ich bring heute mal wieder super smash mobs weil ich mir einfach so dach weil ich eben wie gesagt jetzt ja versuche nicht nur enderkids zu bringen und gestern kam ja keine folge beziehungsweise vielleicht kam eine folge aber höchstwahrscheinlich kam keine folge und ach ja heute ist mit dabei der kosso war das ein real-life freund von mir hallo hallo und so das pferd hier hauen wir jetzt auch noch runter oh wir haben nur noch zwei leben wir haben nur noch zwei leben wir müssen ein bisschen aufpassen lol du bist einfach so dumm naja er spielt übrigens derzeit mit meinem alten boomstock account also wenn ihr ein boomstock sieht das bin dann wahrscheinlich nicht ich sondern das ist der der sterb freund und alter ich bin gerade richtig gut ok eins gegen eins gegen den endermann ja hä und er ist tot er ist tot baby auch nee der hat ja noch ein leben auch man das gemeint das ist so gemein so wir holen dich wir werden dich holen wo ist er und nee aber fast scheiß kaktus ich hab das schon mega viel damage genommen ja baby und wir haben gewonnen vielleicht ein bisschen müde aus aber jolo wir ich hatte da ist gar nicht ich mach einfach ich mach ich werde es wahrscheinlich drei runden aufnehmen sofern sich von der zeit her aufgeht und ja ich nehme wieder mal das skelett ich bin slime du bist der slime und ich will ja auf 5000 teams sparen weil ich so gerne ins schneemann möchte weil ja beim alten account hatte ich das ja und jetzt habe ich ja nicht mehr und lieb ich hätte zwar 6000 teams gehabt aber ich musste mir eine kuh kaufen als pad und ja das ist einfach das muss das war das war mein lebenswunsch ok ok akzeptiere es wie heißt eine kuh bummskuh sie soll irgendwie ähm von mir elemente enthalten und deswegen fand ich bummskuh ähm ok ein habe ich mehr alle haben willst du mich verarschen nein 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 ja du bist so ein kack slime echt tschüss tschüss bye 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 schau ich bin hinter dir hä 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 ja der slime ist so overpowered oder ich kann einfach nicht spielen kann zwar auch dran liegen aber der eine kämpfe da oben einer kämpfe auf dem bild kann das sein dass das ein enderman ist der da oben kämpft nein ein skelett der will wieder hoch doch er ist oben ach scheiße mann der scheiß kempfer so nein 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 bei der oben dieser scheiß kempfer alter ja gell der nervt nein boah ja alter das war jetzt grad mega knapp alter das war die ultra knappe runde ich hab's überlebt ich hab's überlebt ja 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 oh ne der hat nein nein wieso mach ich denn diese scheiße hier du bist du brauchst gar nicht versuchen da hochzukommen weil dann mach ich das hier ähm das da hä du hast mich getroffen noob ähm weißt du was du bist noob weil du da oben campen musst und ich muss so ich hab so was nämlich nicht nötig ich bin da ich bin da du bist noch lange nicht dauer und schluss und n nein hör auf jetzt meineslein scheiß ich bin tot ja du musst ja du musst geh auf den Massimo Alter äh ich bin tot ich tue dich jetzt grad speckdaten bist du tot ja leute was ich in dem video sagen wollte ich bin gerade dabei einen kleinen pvp server zu machen sollte irgendjemand von euch plugins schreiben können nur so ein paar kleine plugins schreiben dann einfach sich ein bisschen auch mit plugins auskennen und generell mit einer gestaltung von einem server netzwerk sage ich jetzt mal dann meldet euch einfach bei mir ähm schreibt mich in skype an ähm ne nicht in skype skype ist privat am besten ihr schreibt sie einfach in die kommentare ich melde mich dann bei euch und das wäre nämlich ganz cool so ein paar developer zu haben für meinen server beziehungsweise nicht vielleicht auch nicht ganz fest angestellt mal gucken aber wenigstens vielleicht schon mal so ein zwei plugins ähm zu machen das wäre ziemlich cool und ihr würdet dann natürlich auch von mir den ich sage jetzt mal push bekommen den ihr möchtet so ich nehme jetzt das skelett ah lachen ist so dumm rum alter will ja lieber ne klasse ich nehme wieder slam mit dem slam ja ja komm hör auf mit deinem scheiß austreten was macht der wolf ähm der wolf ist so ne bitch der schießt kleine babywölfe weg und ja Abtreibung Abtreibung stell vor die attacke Abtreibung und dann schießt du einfach äh 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 stell vor du hast so nen weiblichen skin dann schießt du einfach so nen babyvillager skin weg das ist ja so richtig geil nebes mindblacks themen führ das better man ein also ich bin dafür stell vor die Mahnsten auch auch ja stell vor sie machen es echt sie macht das eh echt ich hab's grad mit ihnen abgeklärt Ja, ja, ja. Da ist wieder der Massi-Boy, der gewonnen hat. Nur weil er gekämpft hat. Ja, jetzt hat er aber... Lol, war der vorhin auch schon... Ähm... Bone Explosion. Na, wie findest du meine Bone Explosion? Äh, richtig schön, ja. Nein. Du... Ich hasse dich. Du bist so eine Missgeburt. Echt, du... Auf jeden Fall bist du ein richtig guter Verlierer. Ja, bin ich. Du hältst jetzt außerdem mal deinen Schnauze. Und ich hab's überlebt. Schön für dich, dass du's überlebt hast, aber jetzt nicht mehr... Aber jetzt gleich nicht mehr... Nein! Nein! Ja. Oh, warte, hier ist noch ein Baby von dir. Ich bekomme die ganze Zeit E-Mails. Das nervt ein bisschen. Ich bin ein Creeper. Habe ich den Creeper... Den Creeper-Mann getötet? Uah! Das war richtig knapp. Du... Alter, Mann, ich hasse dich. Wir sollten gehen... Machen wir jetzt mal Timo und gehen auf den Mastiboy, okay? Wo ist er? Okay, ist der mir ab? Und, komm her, du Blöder. Warte, ich helfe dir. Und? Ja, ich hab ihn voll weggekickt. Richtig weit weg. Nein! Ach, lol. Da war ein Baum. Ich hab dich retten. Oh, fuck, stimmt. Er hat dich gemacht. Ja, ich hab ihn getötet. Okay, er hat noch drei Leben. Nein, im Ernst jetzt. Boah, ich bin so Noob. Du bist richtig, richtig Noob, Walter. Ich bin richtig Noob. Lol. Stell dir vor, er wäre einfach jetzt gestorben. Stell dir das einfach mal vor, Leute. Dann wäre nix halt. Oh. Oh, sorry, 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 sorry. Und der Verräter. Sorry, es tut mir so leid. Ich wollte dich echt nicht treffen. Ja, jetzt bin ich tot. Ja, das freut mich für dich. Äh, ich kann mit dem Skelett nicht umgehen. Wieso hast du Merkpfeile? Ich hab immer nur einen. Oder? Ja, als Skelett, da muss man einfach Rechtskrieg halten. Und dann... Ach so. Wo ist der denn? Er ist hinter dem Baum. Nein. Scheiße. Sch-sch-sch-sch-sch-sch... Nee, er enchantet. Ganz ehrlich? Kann er das? Ja, man kann enchanten. Dann sind die Waffen besser. Boah, wie geil. Das mach ich jetzt. Nächstes Mal. Ja, aber nächste Runde nehm ich nicht mehr auf. Ja, okay. Weil sonst wird das Video zu lang und zu lange. Videos sind jetzt auch nicht so geil. Ich bin ja trotzdem, das sind enchanten oder nicht. Auch ohne Aufnahme. Naja, aber vielleicht will ich da nicht mehr spielen. Auch willst du. Wo ist das? LOL, LOL. Was ist das eigentlich für ein Noob? Naja, ich brauch nicht reden, aber... Alter, das schaff ich niemals. Außer, er fliegt nochmal so hin. Wo bist du? Nein. Nein. Okay, die hat er richtig gut getroffen. Ich muss jetzt echt ein bisschen aufpassen hier. Er enchantet mal wieder. Nee, er kann nicht enchanten, weil er hat ja keine Kills gemacht. Achso. Nur wenn man Kills macht. Ja, und er ist tot. Nee, doch nicht. Oh Mann, jetzt hab ich mich voll gefreut. Er guckt da wie so ein Noob nach vorn, Alter. Wie er sich bewegt, Junge. Ähm, Noob? Schreib'n Noob hin. Schreib'n Noob hin. Nein, 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 ich schreib' das nicht. Wenn du ihn jetzt kickst, dann ist er weg. Ja. Okay, ist doch nicht weg. Doch! Und ich, äh, wreck' auch wieder. Du bist boss. Ich bin richtiger Boss, Alter. Unterartig. Noch nicht. Ich möchte bitte, ich möchte bitte keine Lügen, dass du Lügen verbreitest. Also ich bin kein Mensch, der gerne lügt und, ähm. Stich, schau'n. Nein. Yeah! Bam! Junge! Ich hab' den einfach gefickt. Leute, ich hab'n Spawn-Eck von dir bekommen. Echt? Spawn-Eck, ja? Leute, ich hab' einfach, ich, ich hab' einfach den noch zerfickt, obwohl er drei Leben hatte und ich nur noch eins. Und deswegen sag' ich, ähm, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung freuen, über einen Daumen nach oben, über eine positive Bewertung, konstruktive Kritik in die Kommentare. Sollte irgendwann, ähm, der liebe Kosova auch einen Kanal aufmachen, dann steht der jetzt schon in der Beschreibung und ich würd' sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, haut rein, macht's gut, ciao! W'shoo! W'shoo! Well, Vielen Dank.